Ein Mord an der Partnerin? Ruchlos! Niederträchtig! Heimtückisch! Sicher, Mord ist ein Kapitalverbrechen. Warum man aber mit dem Täter trotzdem Mitleid haben kann, zeigt Georg Büchners Dramenfragment Wojcek. Wir erklären dir die Handlung in nur dreieinhalb Minuten. Die Hauptfigur von Georg Büchners sozialem Drama Wojcek ist, wen wundert's, Wojcek. Mit Vornamen heißt er Franz und er ist ein einfacher Soldat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit Marie hat er einen unehelichen kleinen Sohn, Christian. Der Soldatensold reicht allerdings nicht aus, um sich selbst Marie und das Kind über Wasser halten zu können. Deshalb verdient er sich zum einen beim Hauptmann als Barbier, er rasiert ihn also, etwas dazu. Der dümmlich überhebliche Hauptmann hat wenig Verständnis für Wojceks schwierige Situation. Wojcek, er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Der Hauptmann wirft Wojcek vor, keine Tugend zu haben. Zum anderen hat Wojcek sich für ein Experiment des Doktors zur Verfügung gestellt, der ihn für Untersuchungszwecke auf eine Erbsendiät gesetzt hat. Der gefühlskalte Mediziner interessiert sich nicht für Wojceks Wohlergehen, sondern nur für seine eigenen revolutionären wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wojcek ist für ihn bloß ein Versuchskaninchen für seine Forschungen. Er ist ein interessanter Kasus. Wojcek hetzt wegen seiner verschiedenen Jobs durchs Leben, wird vom Doktor und vom Hauptmann gedemütigt und auch die Diät bekommt ihm offenbar nicht gut. Immer wieder hat er Wahnvorstellungen. Marie leidet ebenfalls unter den ärmlichen und deprimierenden Lebensverhältnissen. Sie lässt sich von dem muskulösen Tamburmajor beeindrucken, der ihr Ohrringe schenkt und sich selbst in seiner schicken Uniform ganz, ganz toll findet. Wenn ich am Sonntag erst den großen Federbusch hab und die weißen Handschuhe. Donnerwetter. Marie beginnt eine Affäre mit ihm, weil sie sich von ihm noch ein kleines bisschen Lebensfreude erhofft. Wojcek schiebt erste Ahnungen, dass Marie ihn betrügen könnte, beiseite. Allerdings erhärtet sich sein Verdacht zunehmend. Der Hauptmann macht sich einen Spaß daraus, Wojcek gegenüber, die Affäre Maries mit dem Tamburmajor anzudeuten. Und der Doktor registriert nur kühl, dass Wojceks Puls daraufhin rast. Wojcek geht es nun immer schlechter, da er das Einzige zu verlieren droht, was ihm noch Halt gegeben hat. Er beobachtet Marie und den Tamburmajor, wie sie in einem Wirtshaus ausgelassen miteinander tanzen und gerät in noch größere Verzweiflung. Seine Wahnvorstellungen nehmen zu. Auf einem Feld und in der Nacht hört er Stimmen, die ihn auffordern, Marie zu töten. Auch sein Freund Andres kann ihn nicht beruhigen. Schließlich kommt es im Wirtshaus zur Konfrontation zwischen Wojcek und dem Tamburmajor, der wieder herumprallt und Weisheiten wie die folgende zum Besten gibt. Der Mann muss saufen! Im Kampf unterliegt der sehr viel schwächere Wojcek. Im gedemütigten Wojcek reift der Entschluss heran, Marie tatsächlich zu ermorden. Er besorgt sich bei einem Kleinhändler ein Messer und vermacht Andres seine wenigen Habseligkeiten. Marie indessen entwickelt ein schlechtes Gewissen wegen ihres Betrugs an Wojcek. Auf Wojceks Aufforderung hin begleitet sie ihn zum Waldrand an einen Teich. Beim Gespräch ersticht er Marie. In einem Wirtshaus entdecken andere Gäste Blut an Wojcek. Er kehrt zum Tatort zurück und wirft das Messer, das er dagelassen hat, in einen Teich. Wojcek begibt sich zu seinem Kind Christian, das aber ablehnend reagiert und schließlich wegläuft. Wojcek bleibt allein zurück. Vertraue undント欄